Perica Dilber, Hauptgeschäftsleiter aus Ravensburg, du bist unzufrieden in deinem Job, dir werden keine großen Perspektiven angeboten, du würdest am besten ausreißen, dann ändere was. Ich habe es getan vor 16 Jahren und es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ARAC ein Familienunternehmen ist mit internationaler Erfahrung, eine der innovativsten Versicherungsgesellschaften auf dem deutschen Markt, mit Sicherheit. Man hat die Möglichkeit sich zu verwirklichen, eine Karriere ohne Handbremse, was sich eigentlich jeder wünscht. Jeder möchte einen Beruf haben, wo er gefordert wird, wo er dementsprechend auch unterstützt wird in einem Team und genau das bietet das Unternehmen. Ein Familienunternehmen, international tätig und hat die Erfahrung, die Sicherheit, wo man den Menschen auch gibt, was auch letztendlich auch wichtig ist bei einer Versicherung, weil Ehrlichkeit schafft Vertrauen und ohne Vertrauen funktioniert das nicht.